Was brauche ich hier? Nein, nein. Ist nicht zu fassen. Der Errungenschaft. Mach mal eben zwei. Der dreht mir ein Wohlenstück an, der Lukas. Ich glaube, der hat irgendwie gekommen. Ich weiß nicht, was der vorhat, mir so ein Ding in die Hand zu drücken, aber... Der wird in Wut eingehen da unten. Ich baue hier meine eigene Hütte. Meine Hütte. Meine Hütte. Eine, zwei Stunden, was? Ich glaube, das wird wirklich drei Stunden hier. Eins, zwei, drei, vier. Was? Und wo? Hä? Weg, du Scheißding! Ich möchte ihn hierher, mein Lieberherr. Ich möchte ihn hierher, mein Lieberherr. Ja, ich glaube, ich baue das Ding hier alles wieder auf. Füllen das alles gut. Und da können wir wieder... Mit einem Blümchen kannst du nicht... Ist ja immer dasselbe bei diesem Scheißding, ey. Nein, jetzt kann ich erinnern, was ist denn los? So, jetzt haben wir mehr genug, glaube ich. Ich hoffe, das hätte wieder nicht reichen. Das ist, äh... Wow, hier musiktechnisch ist mal wieder was los heute. A-N für die schöne, alte, sexy Musik. Hm... Es ist immer noch so laut. Muss ich nicht machen. So. Ich lebe diese... Die Musik einfach... Ich bin... Ja, ich weiß nicht. Diese schöne Musik ist entspannend. Hier war am liebsten. Es ist wirklich entspannt. Und kann ich nur jedem empfehlen. So weit zu haben. Ah, scheiß Creepy da oben. Kannste knicken, Junge. Fick dich ins Knie, du Opa! Fick dich! Fick dich alle! Na gut, dann eben auf die Hageltour. Zuerst den Creeper machen auch... Nee, zu... Ja, Creeper kommt ja auch noch. Terroralarm holt oder was? Was habe ich hier? Monster spawnen oder was sieht man aus? Blumenattacke! Flower Power! Wow, 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 wow. Ich glaube, ich bleibe einfach mal drin. Heil! Ihr seht ja selbst. Das Problem, das ich jetzt hier gerade habe. Und dieses Ding verschwindet ja auch nicht. Und... Wird's schon hell? Sieht man das eigentlich? Keine Ahnung. Ja, ich nehme gerade mit Fraps auf Daumen mit 30 FPS. Aber eigentlich hatte ich irgendwie mit Shade glaube ich 100 oder so. Oh... Oha, hell. Ich warte noch hier kurz. Kann ich alles Bier mal öffnen oder soll ich? Jaja, komm, scheiß drauf. Nein, ich mach keine Marken, ich muss nur schauen ins Licht, ja jetzt brennt alle, sehr schön. Was ist es, Du auch? Nein, noch mehr wo kommen die alle her? Wieso gibt es diesen kleine Scheißviecher, ey? Diese Akkruchinder. Ja, wir sind noch am Kopfchen. Toll, kurz warten. Ne, komm, warten ist was für Pussys. Ich bin ja keine Pussy, oder? Ja? Ja, na gut. Wokwole haben wir noch. ... ... ... ... ... ... ... wieder an den ausbau an den hau ja eben kurz die ganze buddha sein angenommen aus sichern danke creeper danke danke dann ist mir für übrig blieb mir der affenarsch so mal kurz geflickt wird da müssen wir hallo was ist wieso weiße wolle was hat er gegen meine fähig oder was er mag irgendwie weiße wolle keine ahnung wieso auch kein bett ich habe ein bett ja dann da da be danke wo hin ich bin ach komm scheiß drauf ich baue weiter da ist irgendwie keine kombination wenn man irgendwie nicht in skypegt oder in tss man muss man auch klären aber sorry der typ der mit auf dem server ist denn sagt nur der lukas der hat so ein kacken mikrofon haben wir schon in der besprechung vom tss gemerkt auch mit dem zusammen in der lobby hängen ist nicht so der hammer sorry nicht jetzt gerade aber es ist nicht so tonqualität oder du hast einfach deine audio spur so laut gedreht in der hoch und tss dass du oder ist ja auch ähm klicke egal aber na gut wie viel haben wir schon drei wollen wir es aus steine ja jetzt mal ob das machen wir uns aus steine coole idee das sieht richtig nice aus mit dem texturen paket das können wir machen die hinterwand einfach aus cobblestone ja das werden wir machen dann können wir auch ein geheimnis nach unten machen haha so ein verstecken wäre sehr cool das ist alles machbar so und jetzt dann in die breite ja ähm super sehr sehr gut ist das richtig äh ja ist richtig sehr gut unser herr lukas ist ein bisschen weiter nach hinten wenn ihr das auf der webcam seht auf der webcam sage ich schon auf der minimap ist da einem ganz anderen ort wir können hier getrost unser ähm ja unser was soll man sagen geheimort geheim dingens machen da etwa so geheimdingens richtige worte richtig ausdruck alles richtig james spiel so ja ich darf nicht so reden ich weiß das äh wegen kinder und so aber scheiß drauf ich bin 18 gewesen also ja ich bin immer 18 aber irgendwann nein der kommt näher der kommt näher cool der geht weg wahrscheinlich nicht nach haus das ist noch machbar und nächste schaue äh spitzhacke ich sag schon schaufel was ist mir los irgendwie hackt hier ein bisschen irgendwie hackt hier ein bisschen so hier haben wir schon drei jetzt gleich die musik zu ende so und dann scheiße noch eine ganze wand raus rupfen das wird mir spaß haben das wird mir spaß ja genau sehr cool und tolle reiz anmerkungen ja schon mal viel viel mehr holz und kohle und kohle kriegen wir in dem im ein ein main das ist kohle oh so komm mal her sehr schön scheiße schöner anschlag ja sehr schön haben wir lücke gelassen und ich glaube das werden wir hier das habe ich nicht abgesehen leute naja passieren Wollen wir so machen können wir nur einen das ist irgendwie behindert mach mal zwei Riesenfenster hier in Loft reinhauen aber auf einem Untergrund ich glaub wir wüssten mal Holz haben Holz irgendwoher Holz 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 können wir stehlen möchte ich nicht aber naja muss mal schauen sind auch nur Erde dabei geht doch das heißt mal 4 ist so ein 16 oh es ist aber Puppt Ende so ist nun mal ah so so so